Hallo, ich bin die Christine Theis. Vielen herzlichen Dank, dass du mich ausgewählt hast für deine Grußbotschaft. Ich muss ja sagen, das ist ja wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Zum einen für mich, weil ich Kontakt mit meinen Fans habe, was ich wirklich immer sehr genieße. Zum zweiten natürlich für dich, denn du bekommst eine ganz individuelle Grußbotschaft von mir. Also äußere wirklich Wünsche, ich versuche sie, soweit es geht, zu ermöglichen. Und aber auch für PowerShell. Das ist der Verein, an den meine Spenden gehen. Und dieser Verein, der leistet eine so unglaublich wichtige Arbeit. Nämlich seit vielen, vielen Jahren setzt er sich für die Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern ein. Und hat unter anderem auch ein hochprofessionell betriebenes Sorgentelefon, an das man sich wenden kann, wenn ein Verdacht besteht oder schon etwas passiert ist. Also wir erleben ja leider im Moment, wie wichtig diese Arbeit ist. Unterstütze bitte diesen Verein. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen wunderschönen Tag.